und dasselbe müssen wir hier auch machen wo der raketen brennt stoff oder wo der stoff ist das nehme ich aber alles mit bevor der das dann auch da alles reinlädt 250 machen wir auch mal nur 10 weil hier ist ja das ding hier brauchen wir das ja eigentlich noch gar nicht so hier machen wir eine aktive anbieter kiste draus dass sie das holen und ins system bringen sehr schön so und dann müssten wir das ganz oben auch noch machen aber ist doch schön dass mit den zügen hat vom flug das fluggt das fluggt richtig gut sogar so theoretisch müssen wir hier nach unten wo wird denn der kupferzug beladen mit mit brennzeug war das hier oben in der haltestelle weiß ich nämlich gar nicht mehr nicht vergessen ja hier war das jetzt müssten wir doch eigentlich schiff drücken können und so machen und dann machen wir das weg und das machen wir auch weg warte mal ich kann doch hier inhalte auslesen ich kann doch einfach l drücken ja so und dann raketen rakete rakete da sind schon acht drin das dauert ewig bis er das produziert minus zwei ist auch nicht schlecht wir haben im system minus zwei so warte dann gehen wir noch mal kurz da oben vorbei und machen dann noch eine tod ist immer schauen dass man immer sich immer erweitert 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 woher wieder irgendwas zu wenig ist wir brauchen hier wir könnten theoretisch noch welche von denen hier bauen oder ja das geht ja Junge geht das schnell lex mich um arsch so und ich glaube es kommt einfach zu wenig von dem gelben an fast nicht weil da das rohrland geht die brennen aber auch alle gleichzeitig ne nein hier brennt nicht mehr warum brennt der nicht und dann eine pompe Jetzt brennen alle. Das heißt, dadurch haben wir automatisch wieder ein bisschen mehr Gelb Input, aber es ist trotzdem irgendwo. Wieviel haben wir denn jetzt? 6300. Es sinkt so sehr. Müssen wir mal ganz kurz beobachten. Jetzt wo alle wieder laufen, ob es steigt. Was sieht danach aus? Was ist das? 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 Geschwindigkeitsmodule wären halt so killer. Das hier ist auch noch im Netzwerk. Zwei sind auch drin. Wird abgeholt. Vier. Zwei sind drin. Es werden vier abgeholt. Wie funktioniert das denn? Kann hier einfach ins Minus gehen. Aber das ist eine relativ coole Produktion. Das hier wird auf jeden Fall hinterher kommen. Theoretisch könnten wir auch hier so eine Kiste hinsetzen. Und sagen, hey hol uns alles was an Festbrennstoff da ist, hol uns das ab. Festbrennstoff, hol alles was geht. Dann machen wir hier auf. Dann fangen die Zoll wieder an zu produzieren. Aber theoretisch da, Filter. Haben wir gar nichts von dem System. Weil das ganz hinten im System ist. Das hat er ja eben alles raus geholt. Ist nicht schlimm. Okay, dann machen wir hier so. Produzieren die einfach auf Vorrat. Das ist ja nicht schlimm. Dann geht nämlich auch wieder ein bisschen was von dem hier weg. Weil noch haben wir zu viel davon. Das heißt irgendwann kann das hier nicht mehr nachproduziert werden. Weil das full ist. Das heißt theoretisch. Könnten wir hier nochmal ein bisschen. Ein bisschen Tankos machen. Dass sich das noch ein bisschen mehr verteilt. Dann haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Platz. So, hier die Ecke. Die wird immer angegriffen. Ja, das ist aber alles kein Thema. So, jetzt können wir nochmal ganz kurz hinten rüber gucken. Wie das hier aussieht mit Raketenbrennstoff. Acht. Vier. Da ist noch gar nichts drin. Und da sind auch noch vier drin. Die Frage ist wie schnell so ein Zug so ein Raketending verbraucht. Das würde mich mal interessieren. So, hier nehmen wir noch kurz alle mit die leer sind. Sind mittlerweile schon ganz schön viele. Weil wir das mit Blaupause gebaut haben. Ja. 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 kann ich das gas in rot und gelb spalten du kannst das gas du meinst hier das du meinst öl in rot und gelb es geht mit der fortgeschrittenen forschung ist diese ich finde hier da fortgeschrittene öl raffinieren mit zusätzlichen bedruckten die weiter raffiniert werden können da spaltest du quasi öl in das gas und rot und gelb und dann kannst du hingehen das rote in gelb spalten das passiert dann hier rot in gelb und das gelbe kannst du dann wiederum in das normale gas spalten weil rot macht man auch grün aber grün braucht man nicht so viel dass das eigentlich immer passt und dann gibt es zusätzlich noch die kohle verflüssigung dann nimmst du einfach kohle und verflüssig die mit hilfe von rot zu rot gelb und dem ganz normalen gas weiß gas weiß gas weiß gar also du meinst hier das hier wieder zurück oder was starte alle fünf minuten eine rakette aber meine züge fahren noch mit kohle schlecht ja wenn du so also das ding ist es reicht ja eigentlich auch wenn die mit kohle fahren du hast halt den vorteil wenn du wenn du etwas anderem fährst dass du hier zum beispiel mit festbrennstoff fahrzeugbeschleunigung 120 und geschwindigkeit ist 105 prozent schneller mit raketenstoff bist du schon bei 180 prozent beschleunigung und 115 prozent fahrzeuggeschwindigkeit und dann gibt es noch hier uran versetzt hast du 250 prozent beschleunigung 115 fahrzeug höchstgeschwindigkeit wenn du da dann halt noch noch mehr züge dranhängst und der zug halt mit acht wagons oder so fährt dann macht das auf jeden fall sinn von der kohle weg zu gehen damit der zug aus der pötte kommt und den zug nehmen wir jetzt gleich mal kurz dauert noch ein bisschen hier fehlt halt eine zweite reihe kisten leider aber hier wollte ich sowieso eigentlich auch mal umbauen dass man auf beiden seiten auslädt könnten wir den mal kurz auf manuell danke manuell die packen ja wieder rein das schlecht ähm wo ist er wo ist er da denn also das war 2 und Wo haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch. So, dass wir nicht keinen Platz haben, so und den letzten auch noch, so und jetzt fährt der mit Raketenbrennstoff, ja, das wird der 278, und ich habe das jetzt nur gemacht, weil ich mal gucken wollte, wie lange so ein Raketenbrennstoff hier brennt, und das ist ja ewig, ne. Das gefällt mir sehr gut. So, haben wir das. Dann hätte ich nämlich irgendwann jetzt demnächst mal vor, hier das Ganze so ein bisschen auszuweiten. Ich muss ja das bei Gelegenheit alles nochmal neu sortieren. Damit ich mal wieder ne schöne Dings hab hier, Vorlage. Ähm, ja. Nicht im Netzwerk, ja. Wie lange brauchen die? Das ist nur noch die Seite und hier ist immer ein bisschen Action. Schießt. Hier hab ich ja nur eine, ne. Schießt auch gar nicht mehr, die hat schon wieder alles freigekremmt. Okay, ich lass mich aber schon wieder viel zu viel ablenken, hab ich das Gefühl. Hahaha. Ja, ah, ehrlich. So, Schienen holen wir uns mal kurz. Mal noch ein Stück. So, und jetzt, jetzt ist halt auch schon, ne. Die fliegen zwar jetzt nur von da nach hier, aber die brauchen trotzdem schon relativ lange, ne. Guck mal, da kommen die angeflogen mit der Erde. Die holen die hier weg und fliegen von da jetzt quasi bis hier hin. Wenn ich jetzt hier stehen würde, wird das ja nochmal doppelt so lange dauern. Also ist das mit diesem Trennen des Netzes auf jeden Fall eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Wahl gewesen. Squeezy, bist du da? Kann man die hier auch irgendwie einfach so löschen, dass da alles mal gelöscht wird draus? Muss man wahrscheinlich alles so mit der Hand machen, ne. Oh. 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 so guck mal nämlich mal ganz kurz das ist gut das kann hier mit hin dann kann das hier hin kommst du mal da hin so das brauche ich nicht mehr hier wäre noch eine lilanne ganz cool so Kabel ist auch immer schön zu haben Erde auch das ist auch ganz cool überall wird gefightet und gekämpft so jetzt wollte ich mal gerade gibt es irgendeine Möglichkeit das hier zu sortieren Mauer ich muss das irgendwann mal machen weil sonst blicke ich hier irgendwann nicht mehr durch so was ist das hier das kann weg ach falsche Taste dann drücke ich jetzt immer die falsche Taste das kann bleiben das kann bleiben das brauchen wir auch nicht mehr 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 das ist auch vom Anfang das ist auch Schrott das entladung alles auf 1 das ist nicht verkehrt zug entladung muss jetzt gerade mal kurz sortieren es tut mir wahnsinnig leid aber wenn ich das jetzt nicht mache den will ich aber auch nicht mehr haben das will ich auch nicht mehr haben dann auch weg brauchen wir auch nicht mehr dass das einzelne brauchen wir auch nicht weil wir haben das ja hier als ganzes das ist die mauer verteidigung die kommt hier ganz oben hin das ist auch die richtige das brauchen wir schon nicht mehr das war die schmiede entladung kann ich mir aber jederzeit wiederholen so ein stück mauer brauchen wir auch nicht das kann auch in die tonne auch erstmal in die tonne was ich mir mal für den scheiß hier mache das wäre quasi eine blau pause wir haben alle geupgradet das kann man behalten das kann auch weg das kann auch weg das hier ist geil das brauchen wir das ist unsere neue und das hier ist logi netz 1 1 so nennen wir das ganze das brauchen wir auch nicht mehr kann auch weg das behalten wir auf jeden fall das kann ich kopieren aber dann auch mit neuen gebäuden das kann ich auch kopieren mit neuen gebäuden das kann ich so bauen das ist einfach müll das ist der perfekte abstand ähm hangar halten wir mal so unser atomkraftwerk das sind aber nur zwei da wollen wir wenn alle zehn haben das hier ist solarpark das würde ich auch so lassen wobei ich am liebsten das hier erstmal weg machen würde so und hier eine wegnehmen beim bauen so ähm solar solar so holen wir den auch mal nach oben ich glaube jetzt macht das so langsam auch mal sinn hier diese ganzen blaupausen vor allem sind das alles noch alte gebäude obwohl ich die mittlerweile schon mit grünen habe das heißt wenn ich die nochmal kopiere würde ich die einfach neu kopieren so dann kommt hier der das weltbuch sorry dafür aber ich muss es einfach tun ich habe hier so ein bisschen den überblick verloren und mache immer 20.000 neue und alles gleich muss jetzt hier schon zehn kilometer nach unten scrollen hier mit roten bändern war letztes jahr das ding ist wenn nachher nicht genug raketentreibstoff da ist und der zug ist in dieser station dann lädt er ja automatisch wieder diesen anderen brennstoff rein ne da kommen die erweiterungsmauer die nehmen wir noch mit aber mir fehlt doch ein buch oder nicht mir fehlt doch dieses andere blaupausen buch ich habe jetzt geschrieben mit kohlen wir wissen ja was gemeint ist meimer 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 neu was haben wir hier das sieht nämlich schon besser aus hier das ist dampfkraftwerk dampfkern nennt sich das ganze nämlich das ist reaktor das ist reaktor davon können wir noch welche bauen ne wir haben noch fünf oder sechs stück auf halde auf halde so was ist das hier warum muss ich eigentlich immer runter scrollen warum kommen die nicht automatisch nach oben dann gibt es da irgendeinen trick den ich nicht kenne dass ich die neu sortieren kann äh ne was ist denn wenn ich einfach so mache noch nicht genüge platz ne hab's ja gleich geschafft kann ich hier mit bild runter gehen ne kann ich nicht wirklich immer dahin scrollen wirklich immer dahin scrollen das ist übrigens ne blaupause von der ganzen fabrik aber die ist mittlerweile auch schon wieder alt sogar mit mauern hier unten und so und hier oben ist aber schon alt und wir gleich mal ne neue machen die blaupause konnte ich eigentlich für den speed ran nehmen die ganzen mauern alle rausnehmen die ganzen mauern alle rausnehmen war das nicht sogar schon alle bände auf blau wirklich interessanten blaupausen die kommen ja später erst noch alle wenn man dann so auf schön baut und so komm noch sechs stücke jetzt nochmal alles hier alle kräfte bündeln nochmal alles hier auf eine karte 5 4 noch 10 follower bis zum 24 stunden stream so ich hab alles jawoll jetzt fühle ich mich schon direkt ein bisschen ein bisschen erleichtert muss ich ganz ehrlich sagen es fühlt sich irgendwie gut an so ein bisschen hier sortieren ein bisschen da sortieren wir haben auch ne arti wir können oben ne arti hin bauen ähm was wollten wir nochmal machen achso alle bänder tauschen sollen wir einfach mal hier durchziehen einfach mal den durchziehen 29k rote bänder gibt es noch ähm aber eine sache hat mir nicht gefallen an der pause hier das hier 29k ähm wie viel bänder haben wir denn im system 5,1 das wird metall fressen ne aber du hast halt hier auch noch diese bänder die noch gar nichts wirklich bringen aber das sind nicht so viele obwohl doch hier oben ach ich weiß nicht ähm wo ist bänder bänder hier ne die kiste ist früh die kiste ist früh wie viel brauchen wir 29.000 und in eine passend 1000 das heißt 29 kisten bräuchte ich das ist äh schon ne anzahl ne Frage ist also theoretisch könnten wir es schon mal hier machen ne so das wären guck mal das sind allein schon 6.900 und so 4.500 also das hier könnten wir einfach alles austauschen das ist nur eine schmiede die noch gar nicht funktioniert dann würde ich es lieber so machen so hier mal kurz gucken da ist nur dazwischen irgendwas und das hier sind die Stahlschmieden ja dann würde ich es so machen wie viel brauchen wir jetzt ah die Jungs haben jetzt auf jeden Fall was zu tun ne so so ich habe hier so ein Raketending stehen ne steht das hier eigentlich schön oder soll man das irgendwo anders hinstellen wie kann man das denn hinstellen da brauchen wir Raketenbrennstoff was brauchen wir denn da eigentlich nochmal alles für ja Raketenbrennstoff Leichtbauteil hm Vorteile war ja easy und Raketensteuereinheiten Raketensteuereinheiten Raketensteuer Prozessor ein Tempomodul das war es schon ist ja Kindergeburtstag da ist einfach so ein arteriegel Schützturm im Auto gewesen Wird das Auto jetzt überhaupt schneller? Wird das Auto jetzt überhaupt schneller? mir ist schlecht 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 ähm haben wir nicht hier irgendwo so Leichtbauteile? können wir doch dann einfach hier weg holen wofür brauchte man die nochmal? hier hier haben wir sogar beides Tempomodul ich hab da ne Idee ich hab da ne Idee ich hab da ne Idee wir bauen uns hier so ne wie ist der hin? wir machen hier noch einen weißen hin wo ist der weiße da? und dann soll der hier mal Leichtbauteile einpacken oder? mal ein paar Leichtbauteile einpacken finde ich ne gute Sache so pass auf und dann brauchen wir Geschwindigkeitsmodule die Jungs haben ja jetzt eh was zu tun was fehlt hier? hier stimmt irgendwas nicht mit den ach ne hier so also mal auf